Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Aurora HDR Tutorial hier auf meinem Kanal. Im heutigen Video möchte ich dir mal den HDR Verbessern Filter vorstellen. Viel Spaß mit dem Video. Für mich ist dieser Filter das mit Abstand stärkste Tool in Aurora HDR 2019. Nicht nur, weil sich dahinter der neue Smart Structure Regler verbirgt, sondern auch, weil sich weitere Regler wie zum Beispiel die HDR Klarheit oder die HDR Mikrostruktur hier hinter verbergen. Um euch diese drei Regler jetzt mal etwas genauer vorzustellen, habe ich mir hier natürlich auch schon ein Bild im Hintergrund hochgeladen. Das ganze Bild ist schon etwas älter. Es ist glaube ich im Jahr 2015 entstanden auf einer Landmarkentour im Ruhrgebiet. Man sieht hier schön das Kraftwerk, ich glaube es ist von BASF. Und hier im Vordergrund ist das eine dieser Landmarken, die es im Ruhrgebiet sehr viel zu sehen gibt. Könnt ihr mal googeln, Landmarkentour Ruhrgebiet oder Landmarkentour Mörs glaube ich, irgendwie sowas. Könnt ihr ja mal googeln, wenn ihr da Interesse dran habt. Auf jeden Fall super spannend. An diesem Bild kann man das sehr gut erkennen. Alle drei Regler machen hier einen sehr, sehr guten Eindruck bei. Und zuallererst habe ich hier mal den HDR Klarheitsregler. Was macht die Klarheit? Sie verbessert eigentlich den Kontrast und zwar nicht aufs ganze Bild gesehen, sondern lokal. Das heißt anhand der benachbarten Bereiche eines Objektes oder einer Kante. Wenn ich diesen Regler jetzt mal hochziehe, werdet ihr sehen, wenn der Kontrast verstärkt wird, wird das Bild ja automatisch ein bisschen dunkler. Das kann man jetzt ganz gut sehen, wenn ich den Regler jetzt mal hochziehe anhand dieser Landmarke. Dieses Orange-Rot wird deutlich dunkler. Aber das ganze Bild wirkt natürlich, wenn ich den Regler auf 100 setze, jetzt deutlich schärfer. Ist ein Nebeneffekt, den die Klarheit mit sich bringt, wenn ihr den Regler hochzieht aufgrund dieser Kontrastverstärkung im Bild. 100 ist natürlich hier deutlich zu viel. Es ist einfach nur, dass ihr mal seht, wie sich das jetzt auf das Bild auswirkt. Ich werde jetzt einmal in die 100% Ansicht gehen und dann gucken wir uns mal hier hinten diese Türme an, die hier schon recht deutlich auch hier Rauch rausfeuern. Ich werde den Filter jetzt einmal ausblenden, da werdet ihr sehen, was passiert. Also es verändert sich schon recht deutlich was. Das Ganze wirkt jetzt hier deutlich schärfer. Wenn man hier so schaut, das sieht sehr verwaschen, sehr verschwommen aus. Und wenn ich den Filter wieder aktiviere, dann wirkt das schon hier deutlich schärfer. Ist halt der Effekt, den die Klarheit mit sich bringt. Natürlich nicht bei 100, wenn wir hier arbeiten. Ich sage mal, hier kann man auch gut und gern mit dem Wert 50 arbeiten. Reicht auch vollkommen aus. Wenn man jetzt wieder rauszoomt, dann sieht das immer noch sehr, sehr scharf aus. Wenn ich das jetzt hier einmal wieder zumache, kann ich hier auch den Filter nochmal ausblenden. Und man merkt halt doch deutlich, dass hier was passiert. Jetzt werde ich den Regler wieder auf 0 zurücksetzen, weil ich jetzt als nächstes euch den HDR Smart Structure vorstellen will. Hinter dem Smart Structure Regler verbirgt sich die Key Eye, die Skylim mit Veröffentlichung von Aurora HDR 2019 in ihr Programm implementiert hat. Diese Key Eye bewirkt Folgendes. Sie kann automatisch auf Schärfe und Struktur im Bild zugreifen und hat die Fähigkeit, Bildrauschen, Körnung und Farbsäume zu unterdrücken. Was im Endeffekt einen sehr, sehr positiven Effekt auf unser Bild hat. Bei HDR Bildern war das ja früher immer so, dass wenn du den einen oder anderen Regler gezogen hast, dass sich dadurch dann Halos um die Kanten gebildet haben. Und das kann diese künstliche Intelligenz weitestgehend unterdrücken. Ich gehe mal davon aus, dass wenn man es ins Extrem treibt, mit Sicherheit Halos entstehen. Aber wenn man vernünftig mit dem Smart Structure Regler umgeht, kann man das minimieren. Und ich sage mal, das ist bei einem HDR Bild doch sehr, sehr schön, wenn man da nicht so komische Halos, so komische weiße Ränder um seine Objekte hat. Ich werde euch jetzt den Regler mal auf 100 hochziehen. Einfach der Demonstration halber. Achtet einfach mal darauf, was passiert. So, ich werde jetzt wieder in die 100% Ansicht gehen und werde wieder auf die Türme hier hinten wechseln, dass man mal genau sieht, was denn eigentlich passiert ist. Ja, man sieht, jetzt ist ein bisschen Rauschen im Bild. Das kann aber auch der Kamera geschuldet sein. Ich blende den Filter jetzt einfach mal kurz aus. Naja, es verstärkt so ein bisschen das Rauschen. Ja, es ist halt eine Nachtaufnahme und bei 100% ist das vielleicht halt auch mit der Fall. Aber das kann man ja dann mit einem weiteren Filter, kann man ja gucken, ob man dem Ganzen wieder entgegenwirkt. Und bei 100% wollen wir diesen Filter ja sowieso nicht haben. Was hat dieser Filter jetzt bewirkt? Auch hier sieht man wieder deutlichen Schärfegewinn. Auch die Strukturen, wenn man jetzt hier mal drauf achtet, hier kann man ja die Treppen, die hier hochlaufen, kann man hier recht gut erkennen. Während, wenn ich diesen Filter wieder ausblende, ja, man kann das zwar noch so ein bisschen erkennen, dass die grünen Lichter, die hier hochgehen, ja eine Treppe sein könnten. Aber mit aktivierten Filter, finde ich, sieht man das deutlich besser. Also definitiv verbessert er die Schärfe und die Struktur. Natürlich wollen wir das auch nicht hier in der 100% oder mit einer Stärke von 100% lassen, sondern auch hier können wir das Ganze etwas feiner angehen. Wenn wir hier auf einen Wert von 40 gehen, ist das, denke ich, immer noch sehr, sehr gut zu sehen. Wenn ich den Filter ausblende, ja, man merkt da schon deutlich, dass da jetzt mehr Schärfe und auch mehr Struktur im Bild zu sehen ist. Ich gehe mal zurück auf die Bildschirmansicht und dann gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal an. Wenn ich den Filter ausblende, sieht das so aus. Und ich sage mal, in der Totalansicht fällt es, natürlich fällt es auf, aber es fällt nicht so extrem auf, wie das eben in der 100% Ansicht gewesen ist. Natürlich, klar, sieht man gerade hier, wo diese Bäume sind und auch hier, wo das Gebäude ist, wenn der Filter nicht aktiviert ist, dass sich da was tut. Wenn man das ganze Bild mal betrachtet, verändert sich das auch, also man merkt, dass es schärfer wird und ein bisschen mehr Struktur ins Bild kommt. Aber wenn man sieht, man hat jetzt nicht, also das hier wäre definitiv so ein Kandidat, wo sich Halos bilden würden. Ich mache nochmal eins, ich ziehe das Ding mal auf 100 hoch und selbst jetzt ist hier nirgendwo so ein weißer Rand zu sehen. Auch immer sehr, ja, Halo-lastig sind so Baumwipfel, also diesem Bereich, den ich hier gerade mit meinem Mauszeiger so lang fahre oder auch hier, würden sich, sage ich mal, unter normalen Bedingungen ohne diesen Smart Structure definitiv Halos zu finden sein. Aber, selbst auf 100% sind keine Halos zu sehen, wir lassen das trotzdem mal bei 40 oder bei paar und 40 stehen und ich finde, dass dieser Wert doch recht gut hier zu diesem Bild passt. Ja, ich werde auch hier jetzt diesen Filter wieder auf 0 stellen und werde dann den HDR-Mikrostruktur-Filter nochmal vorstellen. Ja, der HDR-Mikrostruktur-Regler ist dann jetzt der letzte Regler hier im HDR-Verbessern-Filter. Hier unten drunter die Weichheit, die können wir getrost auch vergessen, die bezieht sich auf den Mikrostruktur-Filter. Ja, Weichheit bei 0 haben wir eine harte Kante, bei 100 haben wir eine weiche Kante. Und, ich sage mal, lassen wir ihn auf 50 stehen, passt das schon. Der Mikrostruktur-Filter ist auch der einzige, der die Möglichkeit hat, hier in diesem Filter ins Negative zu gehen. Wenn ich den auf minus 100 setze, werden sämtliche Strukturen im Bild so gut wie rausgearbeitet oder rausgerechnet. Das ganze Bild wirkt dann so ein bisschen verträumt, träumerisch. Man sieht zwar noch hier die Kanten, aber wenn man jetzt hier mal guckt, dieser Turm hier, der ist da, aber eine Struktur im Turm ist definitiv nicht zu sehen. Ganz besonders fällt es jetzt hier bei diesem Turm auf. Man sieht ja hier fast gar nicht mehr, dass hier überhaupt irgendeine Art von Gebäude ist. Ich gehe mal auf die 100%-Ansicht und werde mal hier drüben zu diesem Turm hingehen. Ja, den Turm sieht man, aber den Turm daneben, den sieht man nicht mehr. Der ist nur wirklich schemenhaft zu sehen. Und wenn ich den Filter auf 0 stelle, werdet ihr mal sehen, das sieht ja fast aus, als ob da ein anderes Bild auf einmal da ist. Seht ihr, was ich meine? Auch hier das Verwaschene hier bei dem Turm oder vielleicht ist es auch ein kaputter Turm oder hier ist irgendwas runtergelaufen. Wenn ich den auf minus 100 setze, sieht man das fast gar nicht, dass hier irgendwie noch eine zusätzliche Struktur den Turm runterläuft. Aber wie gesagt, am deutlichsten sieht man das halt wirklich hier an diesem Turm. Wenn man aus der 100%-Ansicht rausgeht und wieder auf Bildschirmgröße zurückgeht, kann man nicht erkennen, steht hier was? Ist das ein Turm oder ist das ein anderes Gebäude? Das kann man so natürlich nicht sehen. Im Normalfall will man den Mikrostrukturregler ja natürlich nicht ins Negative ziehen, sondern man will die Mikrostrukturen ja noch ein bisschen herausbearbeiten oder herausarbeiten. Dafür zieht man den natürlich ins Positive und ich werde mal das Extrem nutzen und werde den jetzt in 100% oder in die Stärke von 100 ziehen und dann nochmal auf 100% springen und dann gehen wir wieder hier zu unserem Turm, den ich euch eben schon gezeigt habe und dann sieht man doch schon deutlich jetzt hier die Kanten des Turmes und das ist schon ein himmelgroßer Unterschied im Vergleich zu vorher, als der Turm ja fast gar nicht mehr zu sehen war. Das heißt im Endeffekt, der Mikrostrukturfilter verstärkt oder schwächt die Strukturen oder in dem Fall die Kleinststrukturen in unserem Bild. In diesem Fall würde ich den Regler natürlich auch nicht auf 100% lassen, sondern hier brauchen wir auch nur einen sehr moderaten Wert. Da reicht irgendwie so zwischen 10 und 20 oder 15 und 20 reicht da vollkommen aus. Zumindest auf dieses Bild gesehen. Denn was passiert auch, wenn ich den Regler zu hoch ziehe, bekomme ich hier extremes Rauschen. Das will ich natürlich nicht, also muss ich hier wirklich sehr, sehr smart mit vorgehen. Wie der Regler hier drüber schon sagt. Smart Structure. Ja, jetzt möchte ich mal diese drei Regler alle auf die Werte setzen, wie ich sie euch eben gezeigt habe. Da war ich glaube ich bei der Klarheit bei irgendwo bei 50 glaube ich angekommen und Smart Structure hatte ich auf 40 gestellt und den Mikrostrukturregler lasse ich so. Ihr seht, jetzt haben wir trotzdem Rauschen ins Bild bekommen. Ich werde euch jetzt mal das vorher zeigen. Von da sind wir gekommen ohne diesen HDR verbessern Filter. und man sieht schon, ja man erkennt die Kanten, aber mit dem Filter wirkt das doch deutlich besser. Und um jetzt zum Beispiel hier dieses Rauschen rauszubekommen, gibt es hier drunter den HDR-Rausch-Unterdrückungsfilter. Den werden wir jetzt aber nicht weiter anpassen oder anfassen, besser gesagt. Mit diesem Regler kann man das Rauschen dann wieder rausarbeiten. Man muss natürlich dann auch in Kauf nehmen, dass das Ganze hier dann unscharf wird. Es sei denn, man macht das über eine neue Nachbearbeitungsebene und wendet dann den Filter oder beziehungsweise die Pinselfunktion an und malt dann die Rausch-Unterdrückung hier ins Bild. Der Vorteil, wenn man mit mehreren Ebenen arbeiten kann. Ja, jetzt am Ende des Videos angekommen, würde mich mal interessieren, wie gefällt dir dieser Filter? Oder findest du, dass Skylim da einen guten Job gemacht hat oder sagst du, ach nee, das ist immer noch nicht das Wahre vom Ei? Das schreib mir doch einfach mal unten in die Kommentare. Ich hoffe natürlich, dass dir dieses Video gefallen hat und du einige nützliche Tipps und Tricks oder vielleicht auch neue Informationen für dich mitnehmen konntest. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben dalassen würdest. Wenn das jetzt das erste Video ist, was du dir von mir anschaust, dann vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Infoglocke zu aktivieren. Jedes Mal, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe, bekommst du dann eine Information darüber. Bist du auf den Geschmack gekommen und möchtest jetzt auch mal mit Aurora HDR 2019 arbeiten, dann schau mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich dir einen Link hinterlegt, über den du das Programm beziehen kannst. Das Ganze ist ein Affiliate-Link. Du musst nicht mehr dafür bezahlen. Ich bekomme aber eine kleine Provision dafür, wenn du über meinen Link dir dieses Programm zulegst. Außerdem gibt es noch den Rabattcode Björn. Mit diesem Rabattcode bekommst du nochmal 10 Euro Rabatt auf Aurora HDR 2019. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffe, du schaust auch mal bei meinen anderen Videos vorbei. Wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen und freue mich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ciao!